Manchmal geht es bei den Wörtern zu wie auf einer Baustelle. Das ist ein witziger Vergleich, aber du hast recht. Es gibt bestimmte Bausteine, die vor einem Wort stehen können und welche, die nur nach einem Wort stehen können. Und dabei kommt es beim Hausbau auf die richtigen Zusammensetzungen an. Sonst geht gar nichts. Ja, das stimmt. Und noch etwas. Je nachdem, welche Endung man kombiniert, entsteht sogar Nomen, Verben oder Adjektive.